Ich freue mich hier im Herzen Europa zu stehen, weil wir Ukrainerinnen und Ukrainer sehen in Europa unser Zuhause. Und dafür arbeiten wir in der Europäischen Union jeden Tag gemeinsam und nicht nur am Europatag. Und wir Ukrainerinnen und Ukrainer kommen zurück in die europäische Familie. In der Zwischenzeit verteidigen wir Europa vor einem barbarischen russischen Krieg. Und wir unterstützen das im gemeinsamen europäischen Interesse. Wir wünschen allen Europäerinnen und Europäern einen schönen Europadag. Wir begrüßen dem